Ich glaube, bei mir war das Tetris, wenn es als Spiel durchgeht. Snake 2 am Handy, Nokia. Bei mir auch auf dem Nokia-Handy von meinem Papa. Neben auch immer noch Handyspiele. Ich persönlich echt gar nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, hat keinen großen Platz in meinem Leben. Also schon vielleicht ein paar Stunden am Stück, so, aber ja. Ist nicht so übertrieben. Ich habe jetzt noch nie so gespielt, dass ich nichts anderes gemacht habe nebenher oder nicht mehr gegessen habe. Gibt es ja auch ein paar ganz schleppe Fälle. Also mit zwölf war ich, glaube ich, schon ziemlich süchtig. Aber jetzt war es nicht in letzter Zeit, keine Ahnung. Höchstens vielleicht zehn Minuten am Stück oder so. Das ist so eine Mischung aus Inception und The Gamer. Das waren eher andere Filme, die uns ein bisschen inspiriert haben. Wir möchten erst mal unseren Schauspielern danken, dem Tobi und der Salome. Noch ein Dank an Sonja, die uns den Namen unserer Gruppe gegeben hat. Die hatte den Einfall der Tarantinas. Ja, vielen Dank dafür.